Unser Pressing gerade über die linke Seite war einfach nicht gut, da hingen wir zu tief und haben demnach wenig Druck da auf die Seite drauf gekriegt. Dann gibt es immer auch eine Kettenreaktion, viele Verlagerungen und wenn du ein 2-0 hinten bist, dann ist es einfach nicht so ganz einfach zurück ins Spiel zu kommen. Sehr, sehr gute erste Halbzeit von meinen Jungs, spielerisch gegen den Ball, verdiente 2-0-Führung. Sehr kampfstarke zweite Halbzeit in Unterzahl, das Spiel zu Ende gefeitet und drumherum eine Menge los. In der zweiten Halbzeit haben wir es auch bis zur gelb-roten Karte gut gemacht, haben wir deutlich besser im Spiel, haben viel Druck gemacht. Haben dann natürlich auch ein bisschen Glück beim Anschlusstreffer und auch die gelb-rote Karte hätte ich jetzt nicht zwingend gegeben, zumindest nicht für Player. Und dann war der Druck trotzdem weiterhin sehr groß. Wir haben viel probiert, haben viel offensiv gewechselt, hatten glaube ich fünf oder sechs Stürmer dann irgendwann auf dem Feld und haben alles probiert. Und ich glaube am Ende, auch aufgrund der gelb-roten Karte geht die Punkteteilung in Ordnung. Ich glaube die Leistung hat gepasst. Ich denke, dass wir uns hier heute auch mit einem Sieg hätten belohnen können, aber jetzt nehmen wir den Punkt mit. Aber vor allen Dingen ich als Trainer natürlich das Auftreten meiner Mannschaft. Vielen Dank.